Ich bin Elisabeth Spalter, ich bin 25 Jahre alt und ich habe deswegen einen Bezug zu Katzstorff, weil mein Freund der Johannes Petersail aus Katzstorff ist und meine Mama auch ehemalige Katzstorfferin ist. Ich habe die Karte früher eigentlich nicht gekannt und ich habe mir zu Johannes gesagt, es ist mit euch eine Distel auf dem Wappen. Und dann hat mich der Johannes ganz entrüstet angeschaut und hat gesagt, es ist doch keine Distel, es ist eine Karte. Und ich bin gefragt worden, wie ihr eine Karte heute einsetzt und ich habe dann überlegt, was man da kann. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, nachdem das so starker Widerhacken hat, dass man es vielleicht zur Selbstverteidigung einsetzen kann. Man kann zum Bender anbieten und dann bei aufträglichen Männern zur Gegenwehr einsetzen. Aber ich glaube, es ist ziemlich unangenehm, braucht man es dann aufs Gesicht. EINZ!